Ich werde dich in jeder Krise begleiten. Ich kann dir versprechen, dass ich dich immer beschützen werde. Du bist die Frau, die ich liebe. Mit dir möchte ich eine Familie gründen. Mein lieber Daniel, ich habe mir immer gewünscht, jemanden zu finden, der mich liebt, so wie ich bin. Du passt nicht auf, wenn es mir nicht gut geht. Und hältst mich so lange in deinen Armen, bis die Welt für mich wieder in Ordnung ist. Ich liebe dein Lächeln, deinen Ehrgeiz und dass du mir jeden Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, einen Gruß auf die Stirn gibst und sagst, ich soll auf mich aufpassen. Ich bin im Café von dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020